grüß euch heute habe ich einen kleinen tipp für alle die bei youtube oder irgendwo anders anfangen und nicht wissen welches mikro sie haben sollen die ich hatte die ganze zeit ein headset war natürlich nicht so zufrieden weil die stimme nicht so rüber kommt ihr könnt das leicht vergleichen zwischen zwei videos von mir zwischen diesem hier was ich jetzt gerade aufnehme und irgendeinem alten video was ich mit dem headset aufgenommen habe ihr werdet dann sehen die stimme ist komplett rein mit diesem mikrofon ich habe mir den snowball von amazon leider ist das jetzt auch ein bisschen werbung aber normalerweise bin ich nicht für werbung aber heute muss ich leider das sagen weil ich auch lange gesucht habe und nicht wusste was und wie und dachte um 80 euro da gibt es 30 euro auch mikros tja wenn ihr wirklich einen tollen klang haben wollt um um umliegende geräusche nicht aufnehmen wollt dann ist dieses unter 100 euro eines der besten das ist der kleine tipp und ich füge unten in die kommentare einen link rein wo ich ein video habe mit dem ich mit headset gesprochen habe und da könnt ihr dann den schönen vergleich sehen und ihr werdet mir mit sicherheit zustimmen danke und tschüss viel erfolg